Einen wunderschönen guten Morgen auf ORF bei Frühschoppen. Heute ist nämlich ein ganz schöner Herbst auf U1 Heimer 3 in Tirol. Natürlich mir begleiten und Verstorbenen und auch meiner Seite das große Beileid und wir denken an ihn und die ewige Ruhe unter Zwicky. Aber es gibt ein Schlimmeres glaube ich und wir starten jetzt gleich eine mit der heißen Nummer. Und natürlich auf U1 Heimer 3 in Tirol wird auch wieder ein Obenar geben. Dieses Video hoffe ich hoffe ich. Das ist Monika von Nachhinein. Wie übernimmt das Nachhinein als Management? Nicht so viel mit dem Reden. Sondern wir starten. In der Früh stand ich auch und ging spazieren in der Früh. DOS 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 Ich schweb denn heute irgendein Himmel hinauf und sah ein Lied. Es tut es gut, wenn ich gehe in dem Morgen an. Der Tag beginnt für mich wieder an. Es tut es gut, wenn ich gehe in dem Sonnenscharn, der ich die Wolken ziehe, begann für Regen und Arme für mich. Der Tag beginnt für mich wieder an. Der Tag beginnt für mich wieder an. Der Tag beginnt für mich wieder an. Der Tag beginnt für mich wieder an.